Hallo, mit Ihnen ist das SWC-Team und Sie sehen unseren Video-Digest, in dem wir über die wichtigsten Ereignisse in der Geschichte von String Transport und Sky World Community der letzten Wochen erzählen. In dieser Episode, Sky World Community gewinnt in der Kategorie People's Choice by UNIO 2023 Awards neue Episode des Podcasts One to Sky. Kostenlose Schulung für SWC-Partner. Lasst uns keine Zeit verschwenden. Wir beginnen sofort mit dem ersten Ereignis. Sky World Community gewinnt in der Kategorie People's Choice by UNIO 2023 Awards. Der UNIO-Preis wird an Leader und Unternehmen verliehen, die Menschen zusammenbringen und die Idee von Partnerschaft, Vertrauen und Erfahrungsaustausch unterstützen. Es wurde die zweite Folge der neuen Staffel des Podcasts One to Sky veröffentlicht. Im Studio, Maria Davidkina, Gründerin der Vereinigung der Spezialisten für organisatorische Entwicklung, operationelle Effizienz und Veränderungsmanagement, Dozentin an der Higher School of Economics. Zweitägiger Lehrgang zum Thema, wie wähle ich die richtige finanzielle Wachstumsstrategie, Wissen, das tausende Dollar kostet, wurde in vier Stunden verpackt und ist für alle kostenlos zugänglich. Im Rahmen des Lehrganges werden die besten Fallbeispiele für die Finanzkompetenz auseinandergesetzt. Sie werden auch über psychologische Tricks für den Umgang mit negativen Einstellungen und vieles mehr erfahren. Das waren die wichtigsten Nachrichten für heute. Vergessen Sie bitte nicht, dieser Episode ein, gefällt mir, zu geben und Kommentare zu hinterlassen.